The enemies shall wake before us. We shall stomp on their faces. They shall no on feasts! They shall no on feasts! Here is Jack Inesold. Wenn man sich die Teams so anguckt, sieht man schon, dass wir den Vorteil von den Tanks her haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir keinen Heiler. Und deswegen suche ich mir mal hier gerade Hide of the Urchin. Oh, ein Tank-Item zum Start. Ich werde mir nicht so viele Tank-Items holen. Aber Hide of the Urchin ist ein Item, das steckt, immer wenn man den Gegner killt. Beziehungsweise ein Gegner gekillt wird in der Anwesenheit, kriegt man einen Steck. Und das steigert die Verteidigung und ein bisschen Verteidigung in den Assault. Das ist immer gut, von daher starte ich etwas Tänkiger hier in das Spiel. Oh, guck mal, was ich mit Chuck so machen kann. Priorität tue ich mal auf die 3, damit ich nicht heilen kann. Wir haben wie gesagt keinen Heiler. Jetzt gucken wir mal hier, was so geht. Na, Nubis. Du Hund der Unterwelt. Zeig mir deine Liebe. Zeig mir deine Liebe. Ich bin Chuck. Ansonst Chuck's passive 5 basic Tags treffen und den nächsten Spruch, den man macht umsonst. Alte Welt in die Luft gehen, in der Zeit unverwundbar sein. Und alle Gegner, die man trifft, silencen. Eins, eine Axt werfen. Und zwei drehen und wenn die Axt draußen ist, dahin springen. Hey Loki, wie geht's dir? Hey. 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 Boom. Boah, macht das viel Schaden, weil ich nen Tank störte. Boom. Ja, wir sehen schon, die haben Ares und Imi und die haben gar keinen Tank. Insofern, schon mal theoretisch ein Vorteil. Oh, Artem, was willst du 3 drücken? Ich bin so böse. Oh, Nubis ist auch böse. Och, Mäckchen. Schieß doch auf mich. Zeig Mut. Komm, schieß. Sonst würde es mich stören. Dann drück ich halt 3. Ja, ist ja gut. Hier. Ich hab das Spruch 3 gedrückt im Alter. Oh, fuck it. Was denn da passiert? Warum ist die Axt nicht gestorben? Wo ist sie hin? Ach, die Axt ist gestorben. Naja, das war jetzt nicht so der beste Start. Oh, das wird noch. Das wird noch. Team, wir schaffen das. Wir haben alles im Griff. Wir haben alles im Griff. Hier ist nichts verloren. Ich wohne niedergebrannt. Obwohl ich tanky gestartet bin. Naja, halt auf der Urgen ohne Stacks ist jetzt nicht so stark, aber... Aber ich hab den ersten Stack. Ich hab den ersten Stack. Den ersten Stack. Und Loki von denen ist fast tot. Was soll da schon schief gehen? Was soll hier schon noch schief gehen? Wir haben das alles im Griff. Wir haben alles gewonnen. Hallo Loki. Äh, mehr Heil noch. Vielleicht sollte ich einfach mehr Punkte in den Hammer setzen. Damit er auch mehr schadet. Und dann lassen... Ah, du meinst ne blöde Kuh. Was macht die Feier hier? Ja, okay. Schieß sie tot! Ja! Heilen! Und hier hast'n Hammer! Bitch! Den Hammer, der nicht trifft! Das Schwein, der Bodyblock! Böses Schwein! Böse! Oh Gott! Den Hammer einfach rausschmeißen. Weil ich kann. Welfgehen mit der 2. Ich sollte mich mal hochhalen. Also 3 drücken. Oh! Bo cater! Boaahol! Boaahol! Ismar hat's nur los. Ah, das Precis. Und dann doch bardzo zap Growler. Boahol! Boaah! Cool! Boaahol! Boaahol! Oh! Oh, und Fing Loh. Ich drück 3. Aris nimmt wieder hier massisch Schaden bevor er überhaupt ulten kann. Ha! Naja. Wie steht's denn? 3-3! Okay. Ei! Was willst du denn? Hopper, ich heil das G. Mach ich nicht weiter mit. 10? Nein. Einfach nur nein. Schieß doch, hier. Heilig gegen. Lass es regnen. 6 Stacks inzwischen. Wunderbar. Da vorne. Ja. 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 Da freu ich mich doch, wenn die Stacks rein kommen. Boom. Hi. Oh, da ne. Tschüss. Wo bist du fast mein Freund? ARGH! Regen! Ich bin so wütend. Oho, ich bleibe draußen. Regen! Rette mich! Heile mich! Heile mich Regen! Ich will nicht sterben! Schieß doch auf mich, ich hab Regen. Ich hab gesagt, ich hab Regen, ja? Teleprost. Okay! Wieder ein, das ist... Acht Stacks schon. Yeah! Lass das Ding halt gleich voll. Ich muss da hin! Und ansonsten immer den Hammer rauswerfen. Zum Hellwassen. Wir wollen die einfach töten. Okay. Oh, ich lass das mal Regen. Wenn ich gleich sterbe, kann ich mir was hübsches kaufen. Was werden das? Schöne Schuhe passen zu meinem HAMMER! Ich weiß es noch nicht. Oh, die werden's wohl wieder auf uns an. Nur bis abgesehen, HAMMERMANN! NICHT mit mir! Ah, ich mach noch keinen großen Schaden insofern. Wie ist das mit der alten Legen? So relativ. Wie ist das mit der alten Legen? Wir werden gleich mal Cool-Down-Reduction oder sowas geiles holen. Loki! Tschüss! Tschüss! Wahrscheinlich mit dir, Loki! Regen! Regen, Regen, Regen! Wann hab ich das gemacht? Boom! Boom! Oh Gott, wir haben reichlich weh. Oh, man sah, das ist nicht so ganz am Sniff. Das ist nicht so der ganze Fall. Macht nix. Ich hab Regen! Hör auf! Geht. Da haben wir nachträglich abgeräumt. Wärten wir eventuell früher machen können. Naja. 15, 12. Äh, 10. Sieht gut aus. Regen! Wir müssen immer schon versuchen, die Basics reinzukriegen. Okay. Warum zur Hölle konnte ich gar nicht meine Zwei drücken? Weil ich von Anfang an in der trickigen Falle. Ha? Jetzt bin ich wie für ein Leben. Uh! Very nice! Ah, jetzt kann ich noch mehr Exte werfen. Oh! Ah, das ultet. Macht auch ordentlich Schaden mit seinem Team. Oh, wenn Nemesis sich schön geschickt im Hintergrund gehalten hat für die Zeit. Ähm. Ich glaub, machst du welchen. Schön fürs Team. Hier. Er kriegt doch nicht bei uns die ganzen Kills. Ihmir! Ihmir macht die ganzen Kills. Ihmir ist der Kühlwurf. Okay, Ihmir. Lass dir jeden Kills schmecken. Ich ganz dir. Du du du. Ja, du bist. Komm. Wir müssen in der Schlacht gewinnen. uhun. Making noobiles. Das tut doch echt. Es tutest du weg.. Ah, ja. Wirgehen wieder zu Fonaris gehen. Und der ist schon auch genug. An ally has been slain! Hehehe! Uh, team? Okay. Let the eternal darkness outbrace you. Ah, it disappears exactly when I don't want to run. Boom! Chakalaka! Boom! Chakalaka! I have an axe, which I am all in the face. Boom! Chakalaka! Boom! Chakalaka! I have an axe, which I am all in the face. Yeah, then let's just rain! Regen! Defend! Am I open? Ahahahahaha! Nice job! Yeah, I am cool. Get him! Otherwise, I am here with my axe! Du willst auch was mit der Axt! Ach du bist schon tot. Du bist schon tot. Du bist ja einfach schon rot. Doof! Ja, auf doof zu sein! In your face! Nein! Soldaten sind nicht mehr da. Menschen! Ah, eine Sache die viele Nuva-Spieler machen, wenn sie unsichtbar sind, glauben sie man wird nicht getroffen und weichen den Skills schlechter aus als wenn sie sichtbar wären. Kali. Einfach nur böse was. Böse Kali einfach. War das mein Kali? Ja. An der Stelle einfach geholdet, weil es ein größerer AOE-Schaden ist und ich mir die Beschaffung hatte, die Art nicht zu treffen, was ich ja alles gemacht habe. Oh, Nuva ist fast tot. Nuva! Ja! Komm Nuva, geh da hin. Dich will ich nicht. In so Situationen einfach mitmachen wo der Tank hingeht. ja! Ja! Böse Kali. Nein! Böse Kali. Ja! 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 Hey! Boom-chakalaka! Boom-boom! Oh-oh-oh-oh! Ah-ah-ah-ah! Ihn, der hat's gekillt! Jawoll, die wir! Bist mein Held! Deine Freundschaft bezahl ich nicht mit Geld! Doch jetzt muss ich hier weg! Oh! Böse Freya! Böse! So, ich bin hier quasi ziemlich schnell tot, wenn ich nicht bald wieder hochheile. Und... Moment, da werden sie ein bisschen Towerdiven für mich. Ist aber egal! Einfach mal 3 drücken! Einfach mal 3 drücken, müssen wir die da oben ist. Mein Team ist auch da, insofern... Insofern, kann ich auch schon mal reingehen. Hi! Boom-chakalaka-boom-boom-boom-boom! Wäre echt hilfreich, wenn du ein bisschen mehr triffst. Was? Was? Es wäre sehr willkommen! Hallo, Team! Ich hab initiiert! Okay, es waren viel zu viele Tode, als dass ich das machen soll. Aaaaaaah! Ich will irgendwas, was mir Leben gibt. Oder will ich das? Vielleicht will ich ja sowas. Und ähm, sowas. Anubis. Captain Obvious, 1-0-1 ist raus. Das wollte Chuck aber nicht! Das wollte Chuck nicht! Das war unser Burst Mage. Aber ein Gegnerstod. Das ist ja schon mal immer gut. 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 Das war's für mich. Hä? MISCH. Der unsicht war der Fechter. Ansonsten hätte ich ihn mit meiner Zeit zu Tode verfolgt, aber da steht der jetzt wahrscheinlich gegen. Ah, ich kann den Zorker. Ja. Nervt nicht, blöde Coo. Was glaubst du machst du hier, hm? Warum retreaten? Okay, wegen dem Schwein. Ja. Okay, wegen dem Schwein. Ja. Gerecht. Kein Loki neben mir. Aber das ist auch ein Notfall, um ne Zeit lang gegen Schadenimmungen zu sein, die Alternative. Ein bisschen von den Schaden, die da wieder passend los werden. Wo ist denn der Kampfesboot in euch, Leute? Was hier immer so lange braucht, um Spaß am Kampf zu haben, Leute. Leute. Ansonsten habe ich jetzt noch auch Crit-Chance hier. Savage Stone. Längst vor mir Schaden, weil wir Anubis weg haben. Was in unserer jetzigen Situation nervig ist, wir töten die Gegner, aber haben die alle tot. Und dadurch, dass wir einen in der Unterzahl haben, können wir nicht mehr entsprechend pushen. Mit Anubis wäre das hier in Phoenix gewesen. Und ich hätte vielleicht, vielleicht überlebt. Und ich hätte es noch nicht mehr. Nuwa, nuwa, nuwa. Hat Blitz 2. Oh, very good. Wir holen uns mal die Crits rein. Schön, noch ein Deathbringer und dann gucken wir mal was das geht. Ich weiß nicht, ob ich das alte Bild noch mal umbauen muss. Ich könnte mir jetzt noch einen Lebenspot kaufen, aber zum jetzigen Zeitpunkt im Spiel, kriegt der so gut wie gar nichts mehr. Insofern, ab geht's wieder rein. Bisschen Action, bisschen Regen, bisschen BOOM! Bisschen Action, bisschen Regen, bisschen BOOM! Games! Nein, das Schwein hat mich erwischt! ja ja nerf mich nicht was ist mir nerf mich? was ist mir nerf mich? wo ja wop 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 schwere Spiel wieder wop 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 Kannst ihr in den fucking Tower gehen wenn ich sie tanke? So und was passiert wenn einer Tower attackt und das Team nicht mit kommt? Auf einmal sind alle tot. Weil derjenige der den Tower tankt in vielen Fällen einer der tankigerin im Team war. Das bin ich jetzt nicht unbedingt der tankigste aber ich war relativ tankig und wenn der weg ist wird der Rest einfach so weggeschmolzen. Ich habe Attack gesagt oder? Ja. Wow und wir verlieren den Phoenix. Das ist ja witzig. Puh die haben auch einen Lever. Insofern brauchen wir bei denen du bist nicht mehr. NICHT MEHR! Ranget. Derp. 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 Nuva ist weg, der erholtet. Trinkt sich dabei aber in eine extrem unangenehme Position. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt noch überleben will. Insofern, wenn wir das jetzt richtig ausspielen, kriegen wir einen Phoenix. Und dann ist alles gut. Oder aber wir machen die beiden. Und warten dann am gegnerischen Phoenix auf unsere Minions. Oder sowas. Ähm. Entfibling Curse bringt mir in der Situation, glaube ich, mehr vor allen Dingen mir und meinem Team als ein Angstrang. Darum habe ich den verkauft, um mir die Ecke fertig zu holen. Ich hätte auch ein bisschen warten können, wahrscheinlich, sodass ich mir beides holen können. Aber... Man sei es. Es ist mir Zeit, dass Chuck die Bildfläche betritt. Ich muss hier mal ordentlich aufholen. Es ist mir Zeit, dass Chuck hier mal nicht spielt. Es ist mir Zeit, dass Chuck hier mal nicht spielt. Okay. 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 Chuck hat nicht aufgeräumt. Chuck lässt es regnen. Wie lange noch, bis mein Team wiederkommt, okay. Oh, fuck it. Ich fühle mich von dem genauer Niederweg dahinter stehen. Das ist ein bisschen scheiß genug. Hi. Das Wie ist fast tot. Okay. Ja, das ist die Situation, wo ich immer an Gegnern vorbeirenne, um das Pisono zu machen. Darauf sollten wir achten. Ja, das Pisono zu machen, um das Pisono zu machen, um das Pisono zu machen. Oh, die scheinen das nicht machen zu wollen. Warum? Warum? Weil du ne Pussy bist. You must be free to move. They will have tower. Macht sogar fast sein. Oh Gott! Könnt ihr bitte irgendwas töten? Okay, er ist tot. An ally has been slain. Das Nemezus schießt. Das Nemezus schießt. Das Nemezus schießt. Sehr schön. Die musste weg. Okay, in die Falle solltest du nicht mehr weglaufen. Juhu, Phoenix! Und E-Mail will wieder retweeten. Warum auch nicht? Unser Phoenix ist wieder da, wir haben die Überhand wieder. Ja, okay. Wir haben wieder die Überhand. Warum wir sie jemals nicht hatten, ist mir zwar ne Frage, aber okay. Nein! Ja! Und warum? Warum nicht angreifen? Oh, das ist so putzig. Defend! Wir haben Fire Minions. Zeug mal Eier. Du, die mich schmelzen. Du, die mich schmelzen. Wir müssen eigentlich nur die Feuerdruck kriegen. Die Ultimate! Die Nerfisch! Ach, die Alternate und Sprint. Sprint hat mich aufgeregt, weil ich ansonsten mit der 3 hätte ich sie in meine Reichweite gebracht, da gehalten, hier eine Tag Speed verringert und so weiter. Sprint, den Slow, den meine 3 macht, negiert Sprint. Slammes ist wieder da. Hey, ihm ist schlecht. Absolut normal, dass Kali einfach einen Tank killt. Absolut gebalanced und richtig. Verzweig. Oh, hier heult wieder rum. Aber die Art und Weise, wie manche Tanks in Smite Schaden machen oder einfach niedergebrannt werden, ist schon mal echt ganz nachvollziehbar. Okay. Ah, das... Und ich habe hier. Die Feigungen sind noch genug. Oh, du kannst mich nicht werfen, du kannst. Oh, du kannst dich nicht werfen. Aber die Götung hast du ger 영상 eingeben. Level 16. Regen. Combat Blink auf Emi, ok. Der Unterschied zwischen den Liefern ist aber, dass unser Anubes positiv war und Luffy nur gefielden hat. Mein Kärvi ist bei uns flöten gegangen und bei denen der Fieder. Weil am meisten wäre er damage, dem Regen sei Dank. Sogar mehr als für er. Ansonsten weiß ich nicht, was ich in dem Match hätte tun sollen. Wäre ich Tankiger gewesen, hätte ich absolut jemanden mehr getötet. Hätte ich mehr Schaden gemacht, sprich Tank-Items verkauft, wäre ich gegen alles gestorben. Was halt oben drauf noch kommt ist, dass Anubis unser einziger wirklicher Ranged war, während die mit Freya, Artemis und Nuva noch Ranged hatten. Und ich glaube auch, dass das unter anderem das entscheidende Element war, warum wir dann am Ende verloren haben. Ich will gar nicht mal alles die Schuld geben, sowas passiert ist es halt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.